Und so ein wunderbarer Abend, ein intelligenter Abend und ein wirklich fabelhafter Abend. Der Herr Wengerow konnte auch nicht nur Joschka Fischer, also wir hatten sehr wenig Musik, nur das fabelhafte Orchester am Anfang. Aber ich würde nur enden mit einer Kantata von Johann Sebastian Bach, das gerade eben gefunden war in Eisenach. Es ist ganz, es ist so unitecht gewidmet, mit allen Instrumenten und Sängern. Musik 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 Zwei dann Christus Arrivata 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 Zwei dann Christus Arrivata Applaus 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 ja, ja ja, die fünnst zaman ja, ja, fünnst zaman oh, 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 oh Vielen Dank. Vielen Dank.